Grüß Gott! Hallo zusammen! Die Sommerferien haben bei uns in Nordrhein-Westfalen vor einer Woche ungefähr angefangen. Vielleicht sind sie unterwegs und machen Urlaub in einem schönen Land, am Strand oder auf die Berge oder vielleicht sind sie hier in Düsseldorf zu Hause geblieben. Auf jeden Fall stellt diese Zeit, die Sommerzeit, die Urlazeit für die meisten von uns eine Zeit dar, in der wir nach Erholung suchen. Sicher eine gut verdiente Erholung, nach einem Jahr wohl viel gearbeitet haben. Und wir haben es nötig, uns zu erholen. Erholung aber ist mehr als nichts tun. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie in dieser Tage, in dieser Zeit der Sommerferien einfach sich erholen können, in dem Sie auch andere Dinge tun, sich in der Natur Zeit verbringen, Leute besichtigen und besuchen, die Sie vielleicht lange nicht gesehen haben oder eine schöne und gute Leitur genießen. Oder, oder nicht nur oder, oder sogar sich auch Zeit Gott widmen, weil Gott auch keinen Urlaub macht in dem Sinne. Ich wünsche Ihnen allen und mir auch, dass wir diese Sommerzeit, diese Urlaubszeit gut und sinnvoll auch benutzen, damit wir uns gut erholen können. Damit wir nicht sozusagen nach der Sommerzeit oder Urlaubszeit noch müde zurückkommen, als wir angefangen haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine in Gott wunderbare Sommererholungzeit. Bis bald. Ciao. Ciao.